Leer gefegte Gänge vor den Toilettengedränge Ein höchst seltsamer Geruch liegt in der Luft Ich bekomme Brechreiz von diesem Duft Desinfektionsmatten und Besuchsverbot In diesem Haus herrscht große Not Feststoffe werden verflüssigt und entweichen anal Körperöffnungen agieren bidirektional Menalind, Pflege, Schaumsterilium, Virugat Moliform, Superplus, tägliches Vollbad Und das war Brechturfall im Altersheim Und ich war live dabei Brechturfall im Altersheim, da rührt sich allerlei Pflegedebatte hin und her Hygieneartikel brauchen wir mehr Cola, Zwieback und Soletti laut Ernährungsplan Doch mittlerweile hab auch ich es mir vertan Fast das gesamte Personal Im Krankenstand Ja, nicht grüßen mit der Hand Denn die Infektionsgefahr ist exorbitant Das Ganze wird auch Norovirus genannt Der Verbrauch an Windelhosen steigt ins Unermessliche Das ganze Haus trägt nur noch schwarzen Tee Ein halbes Jahr ist es jetzt wohl her Seitdem graust Marfor gar nix mehr Und das war Brechturfall im Altersheim Und ich war live dabei Brechturfall im Altersheim, da rührt sich allerlei Pflegedebatte hin und her Hygieneartikel brauchen wir mehr